Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Und heute geht es mal etwas technischer zur Sache, denn ich möchte heute mit dir mal über Sensoren und Megapixel sprechen. Welche Arten von Sensoren gibt es in den Kameras? Da gibt es nämlich unterschiedliche. Und ich weiß, dass das Thema vielleicht ein bisschen nerdig ist, aber ich denke mir trotzdem, dass es in so einen Kurs ein bisschen mit reingehört. Und ja, dann kannst du am Ende auch abschätzen, was für eine Kamera du wirklich haben möchtest. Eher ein APS-C-Sensor, eher ein Vollformat-Sensor. Das alles erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Um dir den Unterschied zwischen einem APS-C-Sensor und einem Vollformat-Sensor zu zeigen, habe ich mir hier mal eine kleine Photoshop-Datei angelegt. Und ich hoffe, dass man das damit gut verstehen kann. Zuerst einmal, es gibt zwei unterschiedliche Sensortypen. Es gibt einmal einen Vollformat-Sensor, der hat eine Größe von 24x36 Millimeter. Und so ein Sensor, der sitzt immer in der Kamera. Und auf diesen Sensor fällt dann quasi Licht, also Lumen. Und damit wird der Sensor quasi belichtet und ein Foto entsteht. Und ein APS-C-Sensor, das ist einfach nur ein anderer Name, der ist kleiner. Der ist dagegen nur 14,9 x 22,3 Millimeter groß. Also ein deutliches Stück kleiner. Und beide Sensortypen haben einige Vor- und einige Nachteile. Das Erste, was man verstehen muss, ist ja erstmal, dass ein Objektiv grundsätzlich erstmal rund ist. Und ein Sensor rechteckig. Ich habe dir jetzt hier mal eine Bilddatei erstellt. Und das ist erstmal simuliert das, was ein Objektiv eigentlich sieht. Nämlich einen runden Bildausschnitt. Der Sensor dagegen ist ja dann rechteckig. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mal drüberlege, was eigentlich dann der Sensor quasi sieht. Das ist das hier. Dieses Rechteck. Und da sieht man schon, dass hier oben an den Seiten unten relativ viel Bild verloren geht. Das bedeutet, es fällt also mehr Licht durch das Objektiv, als am Ende auf dem Sensor landet. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist ein bisschen verschwendetes Licht. Aber Sensoren werden nun mal rechteckig gebaut. Objektive sind nun mal rund. Und das bedeutet, dass hier also quasi Licht verschwendet wird. Was man am Ende nicht mehr sieht. Und das ist jetzt hier eine maßstabsgetreue Abbildung eines Vollformatsensors. Das heißt, das Objektiv, was ich hier benutzt habe, ist auch ein Vollformat-Objektiv. Auch dort gibt es nochmal Unterschiede. Ja, also dieser Vollformat-Sensor, den ich jetzt hier quasi anzeige, was dieser Bildausschnitt hier wäre. Das ist also ein Sensor, der 24x36 Millimeter groß ist. Insgesamt haben wir dadurch also einen kleineren Bildausschnitt. Und wenn man das Ganze jetzt mit einem APS-C-Sensor und einem APS-C-Objektiv vergleicht, dann kann ich dir ja mal kurz einblenden. Erstmal das Objektiv, was das Objektiv sehen würde. Das ist einmal das hier. Ja, also wesentlich kleiner. Und der Sensor dazu ist auch nochmal kleiner. Der würde nur noch das sehen. Voraussetzung ist dafür immer, dass die Kamera sich nicht bewegt. Beziehungsweise wenn wir die Kamera tauschen zwischen einem Vollformat und einem APS-C-Sensor, dass die von genau der gleichen Situation aus fotografieren und das gleiche Objektiv verwendet wird. Bedeutet, dass wir einen anderen Bildausschnitt haben. Der Bildausschnitt bei einem APS-C-Sensor ist also wesentlich kleiner. Aber grundsätzlich verändert sich das Bild nicht. Es ist also so, als würden wir einfach etwas wegschneiden an den Rändern. Der Faktor, um wie viel dieser Sensor kleiner ist oder um wie viel der Ausschnitt kleiner ist, ist von Kamerahersteller zu Kamerahersteller ein bisschen unterschiedlich. Meistens liegt der Crop-Faktor, so nennt man das Ganze, bei ungefähr 1,5 oder 1,6. Ganz wichtig an dieser Stelle, Crop bedeutet nicht Zoom, sondern es ist ein Bildausschnitt. Wie ich gesagt habe, man schneidet was von den Rändern weg. Man zoomt nicht weiter in das Bild hinein. Denn das vermuten immer viele Anfänger am Anfang, dass man mit einem APS-C-Sensor einfach weiter in das Bild quasi reinzoomt. Das ist aber falsch an der Stelle, weil der Bildausschnitt dann ganz anders wäre. Ja, also es ist quasi eher so, dass man hier nur sieht, dass der Bildausschnitt enger wird. Das ist also mal der erste Vergleich zwischen einem APS-C-Sensor und einem Vollformat-Sensor. Bei Vollformat haben wir also einen größeren Bildausschnitt, weil der Sensor an sich größer ist. Ich habe jetzt nochmal ein paar Beispielbilder gemacht. Und diesmal habe ich wirklich mit einem Vollformat-Sensor fotografiert und dann später auch mit einem APS-C-Sensor. Das ist jetzt hier ein Foto, was ich mit einem Vollformat-Sensor gemacht habe. Und jetzt können wir mal auch so ein bisschen auf die Unterschiede achten. Sowohl von den Helligkeitswerten, als auch von dem Bildausschnitt, als auch von der tiefen Unschärfe oder von der tiefen Schärfe, die man hier hat. Alle Bilder sind genau mit der gleichen Einstellung aufgenommen. Das heißt hier ISO 400, Blende 5 und einer 50. Sekunde Verschlusszeit. Und wir waren bei 70 Millimeter. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Bild mit einem Vollformat-Sensor. Und jetzt habe ich die Kamera nicht bewegt, beziehungsweise die Kamera stand auf einem Stativ. Und wir haben genau mit der gleichen Brennweite fotografiert. Und das wäre jetzt das Bild hier mit einem APS-C-Sensor. Das bedeutet, man sieht es hier auch eindeutig, der Hintergrund ist genau gleich geblieben. Es ist einfach nur so, dass wir jetzt den Bildausschnitt kleiner haben. Das ist quasi so, als wenn ich das Bild des Vollformat-Sensors einfach nur beschneiden würde. Wenn ich da rechts, links, unten und oben was wegschneiden würde. Dann hätte man hier genau das gleiche Ergebnis. Wenn ich jetzt aber den gleichen Bildausschnitt mit einem APS-C-Sensor erhalten möchte, wie mit einem Vollformat, dann muss ich quasi mit der Kamera weiter zurückgehen. Und das habe ich jetzt hier auch mal in diesem Bild getan. Dort bin ich also insgesamt weiter zurückgegangen und habe jetzt fast den gleichen Bildausschnitt. Wenn man das jetzt mal so miteinander vergleicht, dann fällt aber doch auf, dass wir so leichte Unterschiede haben. Und zwar geht es vor allem um die Tiefenschärfe. Die Tiefenschärfe an sich ist erstmal gleich. Sowohl vom APS-C als auch von dem Vollformat-Sensor. Aber trotzdem ist der Hintergrund bei dem Vollformat-Sensor-Foto-Unschärfer. Das liegt aber nicht an der Tiefenschärfe, sondern es liegt einfach an dem Abstand zum Motiv. Denn ich bin ja in dem Foto jetzt hier, was ich mit dem APS-C-Sensor fotografiert habe, weiter zurückgegangen. Das heißt, ich war weiter von meinem Motiv entfernt, also von dieser Pflanze war ich weiter entfernt als mit dem Vollformat-Sensor. Und weil diese Entfernung unterschiedlich ist, wirkt der Hintergrund jetzt unschärfer bei dem Vollformat-Sensor als bei dem APS-C-Sensor-Foto. Das heißt, grundsätzlich müsste ich jetzt, um die gleiche Bildwirkung zu bekommen, bei dem gleichen Bildausschnitt, die Blende weiter öffnen, damit der Hintergrund wieder unschärfer wird. Das ist also der Vergleich. Wenn du dir jetzt aber mal die Helligkeitswerte anguckst in den beiden Bildern, die sind also genau gleich bei den gleichen Kameraeinstellungen, bedeutet, dort verschiebt sich im Endeffekt nichts. Also das ist im Endeffekt genau dasselbe. Wir können also mit den gleichen Kameraeinstellungen genau die gleiche Belichtung erzielen bei unterschiedlichen Sensoren. Das ist also genau dasselbe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, welcher Sensor ist besser? Das kann man so gar nicht so einfach beantworten, aber natürlich gibt es wieder Vor- und Nachteile von jedem Sensorformat. Fangen wir mal mit dem Vollformat an. Der Sensor an sich ist größer. Das heißt, es werden mehr Luben eingesammelt und dadurch hat man am Ende weniger ISO-Rauschen. Das ist also ein großer Vorteil, wenn du besonderen Wert darauf legst, wenig Bildrauschen im Bild zu haben. Gerade wenn du Nachtfotografie zum Beispiel betreibst, dann ist es schon deutlich besser, wenn man die Milchstraße fotografiert mit einem Vollformat-Sensor, weil man dort weniger ISO-Rauschen hat. Und auch wenn du mit Ultraweitwinkelobjektiven fotografieren möchtest und da besonders viel auf dein Foto bekommen möchtest von der Szenerie, ist natürlich ein Vollformat-Sensor besser. Weil wir ja gelernt haben, dass der Bildausschnitt wesentlich größer ist. Das heißt, wenn ich die gleiche Szenerie mit einem APS-C-Sensor und einem Vollformat-Sensor auf 14mm fotografiere, dann bekomme ich natürlich bei einem Vollformat-Sensor mehr aufs Bild drauf. Das heißt, wenn du also wirklich Landschaften fotografierst und sehr viel auf dein Bild bekommen möchtest, dann ist auch hier ein Vollformat-Sensor besser. Andersherum, beim APS-C-Sensor ist es natürlich so genau in die andere Richtung gedacht. Wenn du etwas nah an dich heranholen möchtest, wenn du also im Tele-Bereich unterwegs bist, dann kann ein APS-C-Sensor deutlich mehr Sinn machen, weil natürlich der Bildausschnitt dadurch enger wird. Und in Verbindung mit einem Teleobjektiv ist das Ganze natürlich dann auch nochmal wesentlich besser. Außerdem sind die Objektive von der Bauart einfach ein bisschen kleiner, auch ein bisschen leichter und auch günstiger. Und deswegen ist es einfach generell so, dass man natürlich ein bisschen Geld sparen kann, wenn man mit einem APS-C-Sensor fotografiert. Von daher solltest du dir halt wirklich Gedanken drum machen, was für dich am Ende mehr Sinn macht. Also, Vollformat oder APS-C-Sensor, beides hat Vor- und Nachteile. Das Vollformat hat natürlich viele Vorteile, aber es ist auch wesentlich teurer. Und da muss man sich einfach überlegen, möchte man das Geld dafür ausgeben. Soviel also zu dem Thema Vollformat oder APS-C-Sensor. An dieser Stelle sei gesagt, mach dir einfach mal Gedanken drum. Ich denke mal, die Vor- und Nachteile hast du jetzt ganz gut anschaulich gestellt bekommen. Und jetzt liegt es an dir zu überlegen, lohnt es sich, mit dem Mehrgeld quasi das Ganze dann auch zu bezahlen. Soviel also zum Thema Sensoren. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle reinbringen. Und vielleicht hast du dich schon vorher gefragt, was bedeutet denn eigentlich APS-C, was bedeutet Vollformat. Jetzt weißt du es hoffentlich und ich hoffe, dass ich dir damit auch so ein bisschen die Entscheidung erleichtern konnte, was für eine Kamera du mit welchem Sensor denn jetzt in Zukunft haben möchtest. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Kapitel gleich wiedersehen. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Mal sehen.